Hallo meine Freunde und willkommen zurück zur Zuschauer-Challenge von Super Smash Bros. for Wii U! Mein heutiger Herausforderer ist Zwergklob und er spielt im Clan Starfighter Z. Ein ganz neuer Clan hier. Okay, und sein Main ist Samos. Gut, dann starte ich wie gewohnt mit Schulk, ne? Keine Überraschung hier. Moment, hab ich die Zeit eingestellt? Ja, hab ich. Okay. Ich war grad nicht mehr ganz sicher. Äh, gut. Und die Map soll sein... Smash Start. Alles klar, dann mal los. Dann mal gucken wie er sich so schlägt. Er hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Er macht auch ganz viele Smash-Videos. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Und eventuell ein Abo dalassen. So, jetzt gucken wir erstmal, wie er sich so schlägt. Beziehungsweise wie ich mich so schlage. Wahrscheinlich eher. Okay, schon fast... Ah! Komplett aufladen. Wow, okay. Ich bin nicht schlecht hier. Oh, shit. Wow, okay. Hat aber nicht gepanischt. Wo ging das denn? Ah, okay. Das hätte ich eigentlich erwarten müssen. Nein, was tue ich da? Ah! Voll die Chance verpasst, ne? Das hätte ich easy punishen können. Nein, verdammt. Da wollte ich auch grad hinter ihn. Ah, verdammt. Nein. Schon wieder voll aufgeladen. Mach das gut mit seinem Grabbing-Hook oder wie auch immer. Und das hat weh getan. Ein bisschen. Ein bisschen sehr vielleicht. Ah, verdammt. So. Nicht gut. Wow. Jetzt. Das ist nochmal... Ah! Mich immer kriegt. Und ich komm da nicht raus. Ist das ne True-Combo eigentlich? Sag mal. Scheint mir fast so. Au! Das war krass. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Warte einfach zurück. Ne. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht springen. Lässt mich da irgendwie D ein oder so. Ich weiß es nicht. Da kenn ich mich zu wenig mit dem Charakter aus. Ah, super. Das war's. Wow. Das war richtig krass. Freestock. Gott, mal 50%. Da kam ich nicht wirklich ran. Und hier wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Hm. Hm. Das war ja nicht so gut. Okay. Dann versuch ich's eben nochmal... Dann versuch ich's eben nochmal mit Cheek. Dankeschön. Gut. Runde zwei. Wie gesagt mit... Genau. Könnte ich die Idee. Das ist mein neuer Main. Falls ihr es noch nicht wusstet. Nein. Natürlich Cheek. Ähm. Und ich nehme wieder mal... Wiley Schoss Omega. Hä. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ob es mit Cheek jetzt besser läuft. Ich glaube wieder mal nicht, dass ich gewinnen werde. Aber naja. Ich werd mein Bestes geben. Was nicht sehr viel ist. Aber naja. Und die wird das schon gegeben. Hoffentlich. Wenn es besser läuft als mit Schuld, dann ist alles cool. Aber momentan sieht's nicht so aus. Und... Projektile mag ich nicht. Ah, mein Schild ist fast down. Nicht so cool. Mich nicht ankommen, ne? Das gibt's nicht. Wow. Voll daneben. Na, verdammt. Ich mach grad wieder nur Scheiße, ne? Hahaha. Was war's schon wieder? Die hat total falsch gerettet und die ganz... Ach, komm schon. Jetzt konzentrier dich mal, Fredoxan. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht so vermöbeln. Der ist schon wieder. Ich hab mich extra ein bisschen vorbereitet, zumindest. Aber... Und hier sieht man davon grad gar nichts. Ich truff mich einfach. In meiner Combo. Nicht cool. Ah, Sheetbreak. Natürlich. 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 Ja, was. Ich bin tot. Oder auch nicht. Ich hab mich nicht kennen können mit nem Smash. Vielleicht fand er das zu lame. Ich weiß nicht. Nein, das wollte ich doch gar... Samus... Äh, Samus sag ich schon. Schiek. Warum tust du das? Und darauf fahr ich auch immer wieder rein, ne? Ich lehre noch nicht dazu. Das ist unglaublich gerade. Ich mach noch weniger Prozent als eben. Und auch nicht. Jetzt hab ich zumindest ein bisschen aufgeholt. Was immer noch nicht viel ist, aber hey. Jetzt hab ich irgendwie die Combo total versaut. Ach, komm schon. Was? Nein. Ah, aber ich lebe noch. Nein. Puh. Wollte ich eigentlich nicht abprallen. Nein, komm schon. Nein. Ah, das gibt's nicht. Ich bin doch gerade ausgewichen. Dein Ernst? Ah, schon wieder zu spät reagiert, ey. Äh, wow. Äh, wow. Fail auf ganzer Linie. Das war richtig schlecht wieder. Hahaha. Kommt mir das noch so vor, oder wäre ich immer schlechter? Oder wären einfach meine Gegner immer besser? Ich weiß nicht genau. Hahaha. Ah, ich bin mir echt unsicher, aber... Ist schon ein bisschen taurig. Ist ein bisschen taurig. Naja, aber was soll ich machen? Ich bin halt scheiße. Hahaha. Damit müsst ihr leben. Zumindest momentan noch. Wer weiß. Vielleicht mit ein bisschen Übung wird es noch besser, wenn ich mal Zeit dazu hätte. Hahaha. Mal gucken. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, sehr schön gespielt. GD. Und herzlichen Glückwunsch zum Eintrag in die Ruhmeshalle. Und, naja. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Geiler Typ! Ich hab grad von der Regie gesagt, ich bin ein geiler Typ. Dankeschön. Dankeschön! Hahaha. Nächster Einer glaubt noch an mich. Äh. Das war grad random. Ähm. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, ja, danke für die Teilnahme, wie schon gesagt. Und, äh, ja. Boah. Ich würd' sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hahaha. Wenn bis dahin noch jemand zuschaut. Hahaha. Ich hoffe es. Naja, okay. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018